Hallo, erstmal einen schönen Abend wünsche ich euch allen, ne? Ähm, ja, ich hab ein bisschen was zu erlädchen. Ähm, ja, und zwar möchte ich gerne, dass mein Teufelchen mal hierherkommt. Ähm, wo ist sie denn? Ähm, ja. Ach, da, da, kommt sie. Hallo, mein Schatz, ist du? Ähm, ja, ich bin zu mit aufgeregt, sorry. Ähm, ähm, ja, wir kennen schon einen schönen Tag. Seit, seit, seit vier Jahren und ich liebe dich überall und, ja, ich würde dich fragen, ob du musst, das für eine Frau zu werden. Riesenapplaus für die beiden! Auf, dass eure Liebe lange hält. Ja, nicht die Braut, der Mann. Man sagt doch mal, die Braut, die sich traut, ne? Nein, der Mann hat sich getraut. Applaus! When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. What? Das heißt. ... Mamma, dass das mal weiter? Das ist der Film. Was! Er ist mir am SNI-FICKE! Oh! Er ist mir Laubis! Wie geht es? Das ist ein wenig wie eins! Und dann ist noch mal weiter! Gut! Das ist ... Oh ... Das war eine Blase, was du so machen. Alles klar! Du bist auf alle Fälle der Erste, der hier einen Heiratsabtrag gemacht hat, nicht? Noch mehr? Ah, es waren schon welche vor hier. Aber nicht bei der Frau. Aber nicht so schön. Nicht so gut. Nicht so gut. Ja, ja, ja! Ja, ja, ja!